Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video bei euren GIFGAMES Ja, ich denke mal, ich hab mal ein paar Informationen Wir sehen uns einfach gleich nach dem Intro Hallo Leute, da sind wir mal wieder nach dem Intro Ähm, ja, es gibt also ein paar Informationen Und zwar geht es um die nächste Woche Und zwar werden jetzt zum Beispiel am Samstag, Montag und Dienstag automatische Uploads von mir stattfinden Die Videos sind vorproduziert Das Video wurde jetzt, das was ihr jetzt hier gerade seht, ist jetzt am 19. gemacht worden Und wird sicherlich irgendwie noch heute Abend oder so online kommen Oder morgen am 20. Ja, und was ihr Bescheid weiß, ich bin dann bis zum 27. oder 28. nicht da Das heißt, die Videos, die dann hochgeladen werden Die sind dann automatische Uploads dann Die ich eingestellt habe Ja Ich denke mal, da wir ja erst eine Minute haben, können wir ja nochmal die Runde hier zu Ende spielen Das Imperium hat seine Fracht in Sicherheit gebracht Oha la la Ohlala Ja, moin Schwachkopf Und? Ach nee. Das war halt mies. Das hat die ganze Saison noch was. Los, los, los! Jetzt! Nee, doch nicht. Okay. Das ist mir gerade auch egal. Das ist mir gerade auch egal. So. Scheiße! Nein! Ähm. Na gut. War ich jetzt? Ja. Ich hoffe, das ist ziemlich geil. Du Tuchzel, da oben ist der Feind. Ja. Der Feind hat die Fracht gebaugen. Ah! Das ist dein Geist! Ich bin das! Ich war dran! Also, es war ein Verlustschirr. Ich bin das nicht. Oh Gott! Ich werde gleich spielen können wir auch spielen. Und ich werde für dich ja. Lasst nicht zu, dass sie die letzte Frachtkiste kriegen. Shit. Ja. Das wollte ich machen, ey. Das wollte ich nicht machen. Die Sturmtruppen haben eine Frachtkiste. Halt, stopp. Fracht erbeutet. Verteidigt sie. Verteidigt sie. Sie dürfen die letzte Frachtkiste nicht kriegen. Scheiße. Ich komme von dort? Das ist ja schwierig. Ja, ich bin nur ein Camper. Okay. Äh, hallo. Wo ist der jetzt herkommt? Ich wollte jetzt rein theoretische Fragen kurz mal einigen. Das ist mal ein bisschen was. Wie will ich hier in die Kondole reinkommen? Die Kondole hasse ich hier irgendwie. Äh, wie komme ich denn wieder raus? Scheiße. Ach ja. So. Vielleicht glaube ich so blöd für ihn nachher zu gehen. Hier drin sind Sturmtruppen. Das war's mit dem Video. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Winter. Also noch eine schöne Weihnachten und so weiter. Wie gesagt, das sind alles nur vor produzierte Aufnahmen, die jetzt bis zum 28. kommen. Wie gesagt, schon mal wunderschönes, wunderschönes Großfest und so weiter. Ja. Wir sehen uns dann einfach dann nach den 28. live wieder und so weiter. Und ciao. Ciao.